Und damit K.O. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Story Mode. Yeah. Silberfische? Endermites. Ich dachte mir das schon. Ja, eben. Ganz kurz, darf ich kurz einhaken? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Beim letzten Mal haben wir Cassie eigentlich aufgehalten. Da dachte ich aber auch schon, ha, das ist das Safe nicht. Das war Safe noch nicht. Die Episode ist viel zu kurz. Und dementsprechend dachte ich mir, es muss weitergehen. Und so sind wir hier gelandet. Genau, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. War sehr, sehr spannend. Ich als Meisterdetektiv habe drei wichtige Sachen herausgefunden. Dass du den Stream, äh, den Stream, das Video noch nicht geliked hast. Noch nicht abonniert hast. Und dass Cassie die Mörderin ist. Genau, ich bin Profi-Detektiv. Genau. Wir, wir machen einfach, ähm, weiter. Also ich bin der Meinung, dass Endermites ein bisschen anders aussehen, als sie jetzt hier ingame gezeigt werden. Ich glaube, im normalen Minecraft sehen die ein bisschen anders aus, als Silberfische. Finde deine eigene. Eben. So. Bam. Tja, das ist halt dein Problem. Ich lasse die Endermites dich essen und fische es aus deinem Inventor. Es wird der beste Fischungsschreie ever. Winslow, mein Pett. Aktiviert die Trap. Wollt ihr etwas gemacht, Händen? Bereit für deine Tod. Die Stimme ist creepy, aber sie ist guuuuut. Guuuuut. Stupid. Door. Oh, that's no use. Without a lever or button will never get these iron doors open. Just hold on, guys. And then get up to the control panel. Oh Gott. Ja, schießen, werfen, wie auch immer. Oh, das war das. Go, 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 go. Ich hab's geschafft. Den Lever ziehen. Perfekt. Na, ist aber eigentlich ganz schlau, würde ich sagen. Ach du meine Güte. Einfach alles. Denn auch Anna Pearls. Okay, das ist schön. Die Endermite sehen ein bisschen gut aus, aber nur ein guter, da wollte ich mich gar nicht festhalten. Hier, nehmt den Lever und öffnet die Tür. Den Lever, den Schalter, Hebel, however. Let's do. Uiuiuiahoo. Hey, hey, hi. Hadi, aha. Ah, okay. Oh, zieh, 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 let's go. No, we are going home. Wir wurden... Punching! Los, los, los. B, 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 b. Nein. Nicht die Katze. No way. Fuck him. No, no, Winslow, don't touch that. Ja, 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 ja. No, 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 Winslow. Bad kitty, stop it. Winslow. Good boy. Sweet kitty. Bring that to master. Please, bring it to master. Don't listen to the white pumpkin, Winslow. Bring the shiny thing to me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Easy get this. That's too late. Oh, ich hab instinktiv nach oben gedrückt X, X, X Nein, 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 nein Come on, come on Ey, bitte nicht kämpfen, ich kann nicht kämpfen Komm, X Uff, okay, okay, er ist stark Jesse, it stays on fire forever Well, Winslow, that's the last of the obstacles We're finally going home Will it dash in this blow of soul soil fire predicted? Come on, Winslow Winslow, Winslow, come on Dahl, I love you You know I love you, but you won't be very tired sometimes Hey, White Pumpkin Hey, White Pumpkin Yes, Jesse Just wanted to get your attention I don't know what you're playing at, but I'm bored with it Bam Fühlig Das ist doch kein Netherrack Das sieht mehr aus wie Granit Ah You're all dying now No, thank you Oh mein Gott Catch it Achtung, meine Güte, Achtung, meine Güte Tanja So will ich das Ja Tja, dein Problem Tja, selber schuld You got what you deserve, Cassie You've been ruthless and selfish and mean And this is where it gets you Wait At least don't leave me here all alone Give me my cat My dear sweet Winslow He's my best My only friend Bin ich jetzt nicht mit einverstanden Nee, wir nehmen die Katze jetzt mit Winslow Winslow Where are you, my darling? Come to Master, please I have fish Come get the fishy Winslow Winslow Ja, nee Wow, so she kept the real portal hidden down here all this time Unless this one is a trap too I don't know if even she'd be that paranoid Only one way to find out Ich truste dem nicht, es tut mir leid, aber ich truste dem nicht Ich truste dem, wie schon gesagt, ich wusste, dass das echt war Wie geht meine Aufnahme schon 17 Minuten? We're a team, we all go together Ready? One Two Three Three Oh, ich dachte schon, der geht jetzt zurück oder so Ivor gonna be bad again Nein, Ivor steht definitiv auf unserer Seite Oh, wir kriegen ja schon Ein Pre-Intro All right, what's going on, dudes? It's me, Captain Sparkles Next time on Minecraft Story Mode After defeating the dreaded white pumpkin Will Jesse and the others find their way back to the portal hallway And will it lead them home? Or instead, are they destined for more perilous adventures? Well, I guess I'll never know Because I got touted into the ground by a ton of sand I guess you saw that, right? I'm in the middle of an amazing speech And boom I've suddenly become part of the floor I mean, dude You saw that, right? How much worse can it get? First they choose not to invite me on their adventure And the next thing I know I'm part of the floor Anyway, one thing is for certain Even without me This is gonna be an amazing adventure Mega gemacht Da wird nochmal gesagt Es ist einfach nur Ein Filmset Ein interaktiver Film Und jetzt hat sozusagen der Schauspieler zu uns gesprochen Das finde ich toll So Wie haben wir uns denn entschieden? Ah, jetzt kommen wir erstmal Die Credits Die wir gediegen skippen Die wir uns am Ende nochmal Komplett anschauen Genau Oh Okay Es sind nur noch zwei Episoden Komm mal ganz kurz Wir haben die Zeit Also ich werde jetzt keine neue Episode mehr Werde ich noch? Ach komm, wir fangen die neue schon mal an Warum denn nicht? Episode 7 Zugang verweigert Komm Dann starten wir da jetzt schon mal rein Und dann Nehme ich jetzt noch 20 Minuten auf Und dann ist gut Ich kann das nicht skippen Das tut mir leid Das ist das, was wir jetzt eben erlebt haben Genau Falls ihr die komplette Story sehen wollt Schaut gerne die anderen Folgen an Oder einfach nur kurz diese kurze Zusammenfassung Normalerweise ist das Spiel darauf ausgelegt, dass man diese Name vergessen Dings immer nacheinander macht Und ja Es reicht, wenn man immer so 20 Minuten Folgen macht Da kann man das in jeweils 3, 4 Folgen gut abarbeiten Tidal Games Present In Zusammenarbeit mit Mojang Minekraft Abenteuermodus Mann, das startet schon wieder so Ich frage mich, was passiert Sie können ja überall reingehen Irgendwann muss ja was Schlechtes passieren Sodass sie eben nicht mehr zurückkommen Weil da steht ja Zugang verweigert So heißt ja auch das Kapitel eben Es geht Hä, einfach den Falschen mitgenommen Jeff Parrott Der hat die Umgebung designt Das ist der Wahnsinn Das war überhaupt nicht scary Warum ist das Portal auf dem Boden? Hä? Wahrscheinlich ist das Portal so auf dem Dach Und man klettert von unten nach oben rein Dann sieht das halt so aus Oh, Nether Wo fühle ich das? Oh Fühle ich das? Okay, wir gehen aber auch nicht in den Nether Epische Musik Oh, ey Erstmal das Game anfangen mit B-Smashing Nice Dankeschön Das Problem ist auch bei den Folgen Wenn ich die mache Ich kann halt Aber ich kann die Folgen eben nicht so beenden Wie ich das möchte Ich muss sie halt nach dem Zeitlimit so beenden Ich kann es nicht sagen Gut, du Ich nehme jetzt auf Bis der Final Boss kommt Und dann höre ich auf Ich weiß nämlich nicht, was kommt Dementsprechend kann es auch sein Dass manche Folgen eben kürzer sind Und andere länger Weil ich eben nicht genau einschätzen kann Kann auch sein Dass ich jetzt diese Episode Oder die nächste beende Direkt bevor die Episode vorbei ist So wie jetzt gerade Das hätte ich zum Beispiel auch In der letzten Folge dranhängen können Aber ich wusste ja nicht Dass es nur so ein kurzes Ding hat Ähm, so Und dann jetzt Let's go, weiter geht's Das ist true, wer hat denn die gebaut Okay, this one's Redstone Redstone means smart people Hopefully smart enough To help us find the way home At the very least It's gotta be better than Fireworld Seems a bit flimsy Come on, Petra Wir finden den Weg Warum gehen wir eigentlich nicht mit dem Zurück, wo wir gekommen sind Wahrscheinlich habe ich wieder Einen Teil der Story vergessen Aber das wäre doch einfach logisch Oder nicht Ich habe gerade Zeit Also Theoretisch Ich habe den Witherstone besiegt Ich bin der Boss hier Ich bin Der einzig wahre Ich glaube das war jetzt keine so gute Idee Dass sie da durchgegangen ist Aber haben Naja War ihre eigene Schuld Wir beharren Wir müssen beharren Geht doch, ihr lauft die ganze Zeit In einem Portal nach dem anderen Also könnt ihr doch jetzt auch da reinlaufen Was ist denn das? Also jetzt mal for real Das sieht nicht sehr nach Redstone aus Das ist eine Wüste Wir müssen Petra finden Obviamente Ihr seid in der Wüste Es ist relativ flach So bis weiter nach hinten Wahrscheinlich ist Petra einfach weggesprintet Wie sonst was Die Zivilisation Okay Nein die Kamera war nicht gefreased Aber die Road geht ja in zwei Richtungen Also Obviously Hätte ich ein paar Probleme damit Vielleicht solltet ihr euch splitten Die geht doch noch nach hinten Also Ich meine ja bloß Wäre vielleicht die beste Möglichkeit Ja Aber nur gut Ist das Petra Oh es ist Petra Petra Shhh Geh runter Ich dachte ich sagte nicht zu追ends Die Musik, nicht die Musik dieser Soundeffekt, das ist, wenn ihr euch im Jahre 1987 mit dem Internet verbunden habt, mit eurem Modem, dann habt ihr dieses Geräusch gehabt. Dass das bei diesem Zombie gespielt wird, finde ich ja mal mega, mega cool. Ich liebe das. Perfekt. Die Dead. Da, wir sind jetzt freundlich, weil wir sind Freunde und da vergisst man Streit relativ schnell. Oh, der Zombie ist stark. Okay. Also, die Leute sind so schlau, dass sie Zombies kontrollieren können. Ja, der war, also auf jeden Fall, der sah auch ein bisschen besonders aus mit seinen roten, leuchtenden Augen. Wahrscheinlich sind diese Leute eben so schlau, dass sie Zombies manipulieren können und deswegen Redstone und so, weil Redstone steht für schlau. Ich fühle mich jetzt nicht schlau, weil ich mich mit Redstone auskenne, aber irgendwie steht es so dafür. Warum brennen die nicht? Andere Sache. Zeltzames Objekt. Ich habe keine Ahnung, ist das wie ein hochtechnisches Internet-Modem aus dem Jahre 1987. Aber nun gut. Angriff. Ich mache euch das im Schnitt ein bisschen leiser. Perfekt, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich mache es trotzdem leiser, das ist schon extrem laut gewesen. Beide unangenehm. Wohin sie gehen. Dieses Geräusch. Das ist, ach, es freut mich. Oh, hier ist eine Stadt. Da hinten ist Redstone. Tja. Aber Leute. Jetzt sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt es doch mit innerpositiven Bewertungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis wiedersehen. Bis dann und ciao Leute. Tschüssi. 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 Vielen Dank.